Scheiße, wie machen sie das? Okay, und damit ein Hallo und Willkommen zurück! Immer noch in der aktuellen Mission Im Lexington Event Center Wir müssen, ja, man sieht's ja schon Den Feind aufhalten Müsste grad mal nachdenken, was wir jetzt hier am besten Okay, kommt hier irgendjemand? Ich seh noch keinen Ah ja, da hinten Ach, da ist er ja da Ne, Feind, ne Pistole ist ja kacke Alter, Vater Meine Fresse Oh, Karate Scheiße, unser... Was war das denn? Alter Ist das ein Juggernaut? Ich muss aus der Deckung schießen Wenn ich hochkomme, ist es vorbei hier Alter Ist sowas wie die Juggernaut, oder? Oh oh, Granate Oh kacke Ich komm mal hoch Okay, schön durchhalten Schön durchhalten Ich weiß nicht, dass der so schnell wieder in Deckung herbegibt Gibt Ja Oh, Alter Du stehst Du stehst Nein, Granate, Achtung Oh fuck Nein Äh Wo ist dein Gerät? Kannst du ihn nicht wieder überlegen, oder? Muss der Gerät, ne? Der Gerät ist weggesprengt Scheiße Gib nicht der Gerät, ey Ich brauch der Gerät, ey Ich brauch der Gerät, ey Gerät kaputt Gerät kaputt 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 Oh scheiße Dann ich muss aufgeben Das wie Daniel, mein Freund Oh, Neumarten Scheiße Scheiße Das wird scheiße Oh Hä? Äh Äh Auf was schießt der? Der schießt aufs Blumenbeet Der ist ja immer noch da Wieso ist der noch da? Ja, vor allen Dingen Du stehst doch Hä? Wieso? Ich bin Ich liege hier, aber Warum ist der da? Warum stehe ich wieder? Ja, wenn er noch da ist, wäre er ja nicht schlecht Aber der kommt ja immer wieder Äh, das heißt also Ja, aber er war Er war ja gerade angeschlagen Der stand ja einfach so da Ja Alter Warte mal, wo kommen wir denn am besten Jetzt kommt er wieder Haben wir ja eigentlich Ich Ach ne, meine Pass auf, ich schmeiß mal das Gerät da hinten hin Wo ist denn da hinten? Ich soll da hinkrauchen, okay Wohin? Wohin? Da, wo der Stuhl steht Oder der Tisch da in der Stehttisch Bist du trotzdem geheilt? Ja, ne? Äh Ja, aber ich habe ja Ich habe ja keinen Damage momentan Ich überlege, ob ich äh Nee, aber Komm mal, ich krabbel mal hier hoch wieder Mal sehen Braucht eine bessere Mumpelpuste hier Oh, der krabbelt aber auch immer da oben Äh, Granate Ah Na die war wirkungslos Eigentlich Scheiße Ja Oh fuck Kann mich doch grad nicht selbst heilen Ich glaube wir müssen Ah Ah Der rotzt hier immer drauf Das geht nicht Ja Warte mal, ich muss mal kurz Wenn der nachlädt, dann haben wir vielleicht eine Chance, aber Ja Aber der Wir, wir sollten in Bewegung bleiben, glaube ich Wir müssen, wir müssen vorher woanders hin Oh, jetzt bin ich Scheiße, jetzt bin ich auch platt Alter Nee, das bringt Irgendwie bringt das hier nichts Äh, weißt du, ich hatte ne Idee Besser aufteilen vielleicht Ich hätte ne Idee, vielleicht sollten wir wieder den alten Weg zurücknehmen Der kommt uns sowieso nach Weißt du, was ich meine? Hm Den, den alten Weg zurück nach unten Aber unser Kumpel steht ja auch hier Jaja, der kommt aber auch dann mit Los, ich renn mal Meinst du, was ist da eine Stelle hin Äh, warte jetzt, mein Bild ist eingefroren Hä? Ach jetzt Genau Genau Doch, 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 doch Rechts den alten Weg zurück Ich geh mal hier rein ins Gebäude Ich geh, ich geh Ich hol den Fahrstuhl Mal sehen, vielleicht haben wir Glück, dass wir dann wenigstens Kommt der? Scheiße Fahrstuhl Hallo, Fahrstuhl Jetzt ist er da Komm, komm rein Ah, fuck Versuch reinzukriechen hier Ich drück schon mal den Willst du den Fahrstuhl wegfahren? Ja, ja, mal gucken Vielleicht Doch, doch, doch Unser Kumpel lass mal einfach im Stich, oder was? Naja, der reicht Der kann schon, der kommt alleine Öh, der geht nicht, der fährt nicht Das reicht ja Doch, ich kann aber drücken hier Beleg mich jetzt wieder Nee, geht nicht Beleg mich wieder Ich schmeiß dann eine Granate hier rein Fuck, fuck Okay Hey, das war dann doch keine gute Idee, glaube ich Hä, ich kann nicht schießen? Doch, doch Ich kann nicht schießen Ich auch nicht, weil wir im Fahrstuhl stehen Deswegen kriegen wir auch keinen Schaden Okay, ich renn mal raus Doch Hier drin kriegen wir keinen Schaden Ach so, okay Aber ich komm nicht mehr zurück Doch Echt, kriegen wir keinen Schaden hier drin? Nee Wir, wir leben uns immer wieder Äh Kann man wenigstens eine Granate rauswerfen oder sowas? Nee, kann man noch nicht Nee, du kannst rauskippen eine Granate werfen Naja Das ist ja auch geil Hau der ab? Nee 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 Oh Ich werd zwar getroffen, aber Ja Ich versuche mal meine Spezialwaffe hier zu droppen Warte mal Warte mal Warte mal Ist ja lustig, kenn ich einfach gar nicht so Er schießt mich über den Haufen, aber ich Ich hör dich ganz schlecht momentan Das ist so ein Scheiß Ich sag doch nicht Nee, 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 nee Ich würd gerne mal meine Mein Spezialding ins hier werfen, aber es geht nicht Oh Huch Ähm Äh Ich konnte benutzen Ja Moment mal, ich brauch Munition Hm Moment mal, ich brauch Munition Ja, ich auch Äh, ist ja cool, kommen die runter jetzt? Warte mal, können wir uns hier Ja Ey, können wir uns hier noch füllen? Ja Äh Huch Ich hab keine Granaten Hier sind nie Granaten drin Sag mal, kommen die Müllhalde, du Die kommen aber in den Fahrstuhl, kommen die nicht runter, oder? Nee Nein Ich bin so doof dafür Äh Mal sehen, was passiert, wenn wir auf die Straße laufen Okay Ego Oder Kommt irgendwie eine Meldung? Wir müssen das ja weiter Ja ja, schon, aber Kommen die nicht von außen hoch irgendwie? Treppe Oh, hier sind ein Rockstar Huch Ah ja Erste-Hilfe-Set, cool Tja Mal sehen, lass uns von der Straße aus vielleicht mal irgendwie was äh Reißen Wenn's irgendwie geht Aufsatzschießen Ja genau Immer alles hochwerfen, was wir haben Handschuhe, Mützen Pfff Hehehe So, wo geht's denn hier überhaupt raus? Äh, lalalala Oh, hier ist ne Waffe Äh? Ah ja, hier Von hier sind wir gekommen So, ne? Noch Waffe Geht ja wieder weiter Äh, noch mehr runter hier Noch weiter runter, wollte ich sagen Nonono So Äh Erste Etage Ne Ah, hier Glaub ich Hier ist die Lobby Er sagt auch nicht, wir sind hier zu weit weg vom Vom Dingens hier, das ist ja auch nicht schlecht Wo? Ich bin draußen Wie gut bin Bist du denn hier runtergekommen? Ach da ist so ne Treppe Nee, vielleicht darf ich die nehmen Ja Äh Also ein Ganatwerfer wäre nicht schlecht Aber den habe ich nicht Ich hab ne Farben kann Warte man, die kann ich erstmal anlegen Ne, das ist Das ist gar nicht schlecht Äh, vielleicht sollten wir sich mal auf uns Aufmerksam machen, dass wir vielleicht runter gucken Nö Ich bräuchte jetzt ne Drohne Aber es wäre cool wäre, wenn wir Auch von nem Nachbargebäude irgendwie runter, äh, snipern könnten Ich müsste mal irgendwo aufs Dach kommen hier Vom Theater drüben Hm, 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 hm Bist du noch da? Jaja Jaja Guck nur gerade mal Oh, verlassen des Ziel, äh, Quatsch, des Einsatzbereichs, okay Hm Also die, im Normalfall kommen die Heinis einem immer hinterher Das ist Ja Ja Du, warte mal, guck mal Jetzt stehen wir hier unten Das ist doch Beobachte mal den, beobachte mal den Heini da Den gelben Punkt Ich würde behaupten Ja Glaub ich nicht Ich würde behaupten, doch, pass mal auf Ich glaub der tanzt da oben da oben Äh, ich wär mir nicht so sicher Vielleicht haben wir Glück und der springt von da oben runter Ja Der spring wird er nicht, aber der Ich glaub der läuft da Guck mal, da meinst du mich hier hinten lang Du, du musst lachen, ich hab schon so einiges So einiges erlebt hier bei The Division und dann kam Sieht man da die Entfernung mit? Ne, sieht man leider nicht Siehste, der ist doch 41 Meter ist der weg Und das wird nicht weniger Mhm, okay Warte mal, ich komm mal hinten rum, ob man da nicht eventuell Schade, Mensch Wir können aber wieder mit dem Fahrstuhl hochfahren Ja, dann müssen wir ja, warte mal, warte mal Ich versuch mal kurz von hier Vielleicht guckt der ja runter Verlassen ist einen das Bereich Naja, bei mir noch nicht Ah, hier auf der Ecke nicht Jetzt bewegt er sich wieder Hm, naja, das ist Er bewegt sich auf jeden Fall wieder Aber wohin? Hm, schade, Mensch Das war ne komische Idee Ja, eigentlich war es ne blöde Idee, aber Wird ja klappen können Was wir ihn runterlocken hier Ah Vielleicht kommen wir Ja Auch nen anderen Weg nach oben Nicht den Fahrstuhl, sondern Ne, ne Wir nehmen erst mal die Treppen wieder nach oben Ne, ne, man muss schon den Fahrstuhl nehmen Wir mussten ja extra alles neu laden wieder Joa, gut Ja, gehen wir hier weiter Ach ne, hier komm ich gar nicht drüber Hehe Treppen, ne? Ja Hm Hm Was hilft gegen den hier? Das ist so ein bisschen Warte mal, was habe ich noch bei? Ich denke Waffe Warte mal, ich habe noch ne Auf kurzer Distanz Und ne ne Rakete Oder ein Warte, warte, warte Irgendwie sowas Dolles Habe ich nicht ne Ne, 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 ne Ne Mg oder sowas? Ne Pumpgun habe ich jetzt genommen Falsche Megaversion Ne, was soll das denn, ne Warte mal Pumpgun wäre nicht schlecht Aber habe ich nicht Ich habe noch eine Aber Level 9 nur Das ist Echt schwach Ich habe ne Stufe Ah Warte mal, vielleicht kann die was Äh Ist aber ne Scharf Ne, ne, ne Dings Warte mal, dann muss ich die mal nehmen Die wirst du soweit Oh, Moment, Moment Noch nicht Hä? Oh doch, ne Mg Cool Ich habe ein Mg Achso, ich muss hinten rum Okay, na gut Gleich da Tja Gut Das war ne Müllrunde, ne Aber die konnten wir nicht schon wieder auffüllen Ja Das ist wahr So Scheiße Stehen wir schon gleich wieder hier, oder? Na, ich glaube nicht Ne Ne, eigentlich Warte mal, ich war abgedeckt Das ist schon mal schön Das war Ja genau Hier gleich wieder Ich werfe mein Spezialdings Achtung Und Los Und meine Murmel gleich hinterher Scheiße Alter Ich hatte hier den Rückenfall Alter, das gibt's doch gar nicht Ich hab' den eigentlich nicht Treff' den eigentlich nicht Scheiße Alter Doch Der wirft da Granate Oh ne Scheiße Weg da, weg da, weg da Hau ab Oh, das gibt's doch gar nicht, ey Meine Fresse, was hat der denn für'n Wumms, ey Du musst dich wiederbeleben Ja, 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 ja Nun noch mal Ne, ich Ich versuch's Ich versuch's gerade Danach kann ich wieder die Mein Medi herkennschmeißen Ich kann dich aber nicht wiederbeleben Jetzt vielleicht? Weil du in der Stellung stehst Scheiße Scheiße Oh Gott Alter Jetzt lädt er nach Er lädt nach Achso Nee Der feuert auf uns Blöde Sack Der hat ne AKF 47 nur? Kann doch gar nicht sein Nein, der hat ne MG Naja, eben Wir sind wieder hier Wir bleiben hier Wir kommen wieder hier rauf Ja, okay Das ist vielleicht die bessere Lösung, ja Mach mal Platz Mann, gut, dass ihr auf unserer Seite sind So Ich hab schon mal meinen Aber irgendwie sehen wir uns jetzt nicht mehr Naja, gleich, gleich ist vorbei Hm Das war nicht so fair, gut so Unser Kumpel lenkt sich schön ab, aber Das gibt's doch nicht Granate Scheiße Oh, fuck Ich bin Ich bin schon wieder platt Das gibt's doch gar nicht Der schießt auf mich, der Sack Der schießt auf mich Ich bin eigentlich schon längst tot Doch da, bei dem steht Vollstrecke AKF 47 Kann doch gar nicht sein, ey Level 3000 Wo können wir uns jetzt hinstellen, dass wir Ja, ich Warte mal, ich versuch mal Hier oben irgendwo Komme ich hier irgendwie rauf? Nee, auf das Ding? Nee, schade, Mensch Jetzt muss da irgendwo ne Deckung geben, die Äh, komm ich nicht mehr runter hier? Halt, halt, zurück Also dieses Heilungsding ist ja gar nicht schlecht So an sich Ja Jetzt ist die Frage So stehen wir gar nicht schlecht So stehen wir ja gar nicht schlecht So stehen wir ja gar nicht schlecht Nee, überhaupt nicht So stehen wir ja gar nicht Also hier ist die Deckung ist momentan Nicht so schlecht, aber ich treffe ihn kaum Von zwei Seiten ist natürlich wäre nicht schlecht Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht Ich stehe rechts Alter, wir haben ihn fast Ja Naja Naja Oh, 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 oh Von wo kam das denn? Ah, nein Wollen wir an der Granate hier? Scheiße Ah, ich hab'n Fass gehabt Ich hab'n Fass gehabt Warte Scheiße Ja, kann sich wieder bei ihm Ja, macht das selber, oder? Nee Ich weiß es nicht Scheiße Äh, ach F Oh, nee, er schießt ja auch noch auf mich Ja, ja Oh, das ist doch mies Ja, jetzt bin ich platt Ich hätt'n Fass gehabt Ungefähr die Hälfte noch Ja, ich auch Ja, genau Nee, da war viel weniger Ja, oder Okay, dann geh' ich wieder Das war alles so gut Wir stellen uns wieder so auf Position war Hammer Die so scheiß Granaten Die gehen wir auf uns Denkel Hoch Heiliger Scheiß Schön wär, wenn wir erst die Die anderen äh, äh, eliminieren könnten Ja Ja Ich hör' mich schon Fuck Äh, ich hab'n lieb'n Er reagiert grad nicht Doch, jetzt Scheiße Jetzt ist den Kaffee Okay, der ist platt Warte Der lässt Der Nächste Da ist der Nächste Ah, der bleibt Ah, nein Fuck Der war hinter mir Habe ich dir gesagt, selbe Stelle Aber ich kann nicht belieben, äh, wiederbeleben Ich liege zwar, aber Doch Doch, doch, doch Er hat sie grad Nein Oh, nicht schon wieder Das gibt's doch nicht, ey Du auch? Ja, der war Eine absolute Lusche Ich schieß die mit Sechs mal ab Der, der, äh Ups, Entschuldigung Der Heini, der Heini bleibt da oben stehen Das ist nicht verkehrt Wir müssen erst die anderen definitiv mal, ähm Plätten Der schießt immer noch Wir sind beide da grad Ja, ja Gut, ich würd' sagen, Folge vorbei Vielen Dank fürs Zuschauen Für diese Nicht erfolgreiche Folge bisher Aber Überhaupt nicht Aber Erkenntnis haben wir gewonnen Ja Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis dann, tschüss